Gehen wir ins Spiel, komm wir gehen ins Spiel, regn dann. Wenn ihr nicht wisst, was für ein Modus ist. Wir haben ja Probleme, Lid. Pass auf, pass auf, Achtung, ich mach jetzt voll den Jump. Ich darf als Kameramann nicht sterben und ich werde nicht sterben. Okay, es geht also. Ja, es geht. Ich geh schon mal weiter, dass du... Holy shit. Guck mal, ich würd jetzt hier gerne ne Lateine setzen. Kommst du trotzdem drauf? Von hier? Ja, ich glaube. Klar, müsst ihr eigentlich. Nein, okay, es geht nicht. Ja, es geht, okay, es geht nicht. Das musst du leider deine eigene... Doch, nein, ich komm. Das ging bloß nicht von da aus. Jetzt läufts eigentlich ganz gut, aber ich hab Angst, weil bei Deathcube... Wer ist denn da so weit oben? Das könnte ich sein. Seid ihr schon abgefackelt oder was? Nein, also... Ich bin schon tot. Also, boah, ich dachte schon, ey. Ich dachte gerade eben, Dark Alpha und Hexacore, bist du das? Ich dachte, Hexacore und Dark Alpha sind ganz oben schon. Dann wär ich jetzt aber verrückt geworden. Ich bin noch nicht tot, aber Hexacore ist schon tot. Da bist du stolz drauf, ne? Ich bin schon auf der Hälfte. Du bist schon auf der Hälfte? Ja. Ja, ja, ich bin schon auf der Hälfte. Elite und ich holen gerade sowas von ein. Ich hab immer wieder Angst, wenn ich nur einen Block nach unten fall, ey. Ja, man kriegt voll das Gefühl, ne, da im kleinen Finger. Ja. Oh, scheiße. So richtig, so. Da denk ich immer, ich fall so free vor. Du bist runtergefallen. Oh, ich seh dich. Oh, du bist aber aktiv, ne? Oh, oh. Da kann ich jetzt aber nicht für dich haften. Da unten. Elite. Hallo? Ich komm mal kurz kurz zu dir, mein Freund. Nein, nein. Hau mal ab. Du bringst Pech. Du bringst Pech? Da gewinn ich einfach noch in der Aufnahme. Wie emitiös. Nein, das kann doch nicht sein. Ich war so gut im Spiel. Stellt schon mal jemand anderem ne Anfrage, der nicht im Spiel ist. Leute geht mal nicht in die LW. Okay, und wer ist denn nicht im Spiel? Alle außer Dark Alpha. Okay, dann, äh, Dark Alpha. Alle außer Dark Alpha, soundgeist. Das sind ja richtig viele denn. Der Dark Alpha ist wieder der, der nicht warten kann, ne? Habt ihr schon alle auf die Dinger geklopft? Jo, alle kloppen auf die Dinger. Ach, warum ist denn hier schon wieder der Rand? Was ist doch los? Das muss ich noch ersetzen demnächst. Das ist hier die Hardcore-Version, Floyd. Photoshop geschmiert, das ist doch klar. Na klar. Achso, wir haben ne Schaufel? Achja. Also, mit Schaufel geht's genauso schnell wie ohne, aber die Schaufel sieht lässig aus. Also, hehehe. Jetzt ist meine KD gezunken. Nein. Oh, Psycho. Oh, Psycho. Oh, Psycho. Oh, ja. Killer. Meine Stats, ich hab jetzt ne Winrate von 0,666. Scheiße. Scheiße. Ineinander. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Komm, komm. Mein Freund. Go. Ja, 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 ja. Komm, ich weiß doch, du willst das. Komm her. Du redest doch auch. Nein. Den Hintern. Guck mal, da gucken sie zu, da gucken sie zu beim Gladiatorenkampf hier. Ah. Nein, 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 nein. Höra. Höra. Kampf der Schniefel. Nein. Ja. Die Hälfte von... Höra. Da will mich die Elite direkt... Höra. Höra. Scheiße, nein. Oh, Mann. Nein. Ich hör das jetzt sowas von mit GM1-Film. Pepepepepepe. Nein, ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Und da spielen sie ja knallhart, da kommen die, da kochen die Emotionen hoch, da hüpft DarkAlpha rum. Oh, Mann. Der ist direkt irgendwie. Nein. Oh, da geht's Heiko ganz klar. Oh, oh, oh. Gesehen, dass ich in den Rand reingefallen bin. Ich glaube, es lag am Rand. Man, die ist gesunken auf 0,5. Das find ich jetzt gar nicht witzig. Dann hau mal rein, komm mal hier, dass deine win-rate, diese Stahl... Und schon wieder dieser verdammte Rand. Ich hab alles vor ihnen. Ich bleib jetzt weg vom Rand. Mein Gott, ey. 3, 2, 1, let's go. Feuer. Ich weiß, ihr wollt es. Ich weiß es. Ich beobachte euch erstmal eine Runde hier. Oh, DarkAlpha, da kommt DarkAlpha angeradelt. Das ist unmöglich, Alter. Das habt ihr gemisch. So, Killer, dann mach... Wow, 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 wow. Wieso geht's auf mich? Auf Psycho gehen ist offiziell verboten. Und... Nein, dieser Rand, dieser verdammte Rand. Das kann nicht sein. Oh, oh, Hexer-Kopf. Vorsicht, wir müssen uns... Oh, oh, das ist Kampf der Giganten. Ich geh mal in die Ecke, um ihn genau zu filmen. Hier, da kommt der angerannt und gleich killt er mich. Oh, nein. Killer, du musst jetzt offiziell den Rand. Äh, du weißt schon, ne? Ah, da muss ich... Da muss ich den Rand neu setzen. Ich weiß die Befehle gerade nicht. Oh, oh, oh. Ach, Hexer-Kopf. Ich war gerade auf dem Rückzug und gewinne ich. Das kann ich... Das kann ich... Oh, Psycho. Das ist aber ein wunderbarer Start. Oh, guck mal, da ist noch jemand. Oh, Instant. Das ist ein Scheiß-Rege. Instant Loose. Ich dachte, da ist nur ein Rand offen. Ne, das sind... Das sind... Oh, da sind... Das habe ich gar nicht gesehen. Das ist schlecht, ey. Das ist wohl... Ich will einfach nur ein bisschen drum rennen und schon falle ich in diese verdammten Oh, Hexer-Kopf. Oh, 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 da hat es dir den Boden unter den Füßen auf einmal wegge... Kann sein, dass der Rand irgendwie magnetisch ist, dass ich da reinfalle oder so, das kann doch nicht sein. Der... Der zieht... Der zieht Psychos an. Wow, was war das? Wow, wir schreien. Wow. Was habt ihr da gegen mich? Was schmeißt du da so weit von dem blauen? Ja, eine lange Übung. Huah! Nein! Nein! Ich bin ausgewichen. Ich habe das offiziell gesehen. Du siehst das in meiner nicht vorhandenen Aufnahme, okay? Ich habe das offiziell gesehen. Ja, der Killer, da habe ich dich. Wer klatscht da mich? Oh, wer ist denn da unten? Man, das ist Manu! Mann! Wir müssen noch mal joinen, dass es geht. Oh, 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 oh. Ich habe Angst, dass ich die ganze Zeit so übelst übersteuere. Übersteu... Ah! Oh, Hexer-Kopf. Oh, 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 Hexer-Kopf. Da habe ich Elite mit einem Frontalangriff auseinandergelegt. Da glaube ich... Ach so, okay. Guck mal! Bam! Oh! Da geht mir! Uff, war das knapp. Schade. Oh mein Gott, ich habe schon das Prickeln an meiner... Ich, ich... Hast du schon den Schneeball in deinem Gesicht gespürt? Oh, Hexlein. Hexlein. Woah! Weiß! Was für eine gestörte Granate. Bam! Okay, ich werde hier noch... Pumpern kaufen. Okay, ich kann Pumpern. Nein, tu uns das nicht an, Killer. Jetzt mach ich sie fertig. Jetzt kommt wieder Psycho der Grenadier. Da! Oh! Nein, nein, das ist noch eine! Ach Gott, Schleiße, Mann! Das macht mir ja meistens Spaß hier. Das Painpoint find ich richtig geil. Ich find's auch am geilsten. Vor allem, ne, mit diesem, dass man einfach einen Rang hat, den man aufsteigt und bessere Waffen kaufen kann, das ist richtig, das schickt er einfach. Volle Pulle, will ich? Volle Pulle, Alter! So wie die Coolen, das schickt mich. Dank Alpha, weil wir gewinnen. Guck mal, wir können, wir haben viel besseren Überblick, wir haben nicht so viele Teammates im Gesicht, so wie die anderen. Ich seh's, ich seh's. Achso, das ist bei uns. Ach, das ist der Psycho. Also, ich dachte, du hast Psycho gekillt. Guten Tag! Hab ich einen guten Tag! Also, ich bin, ich bin, ich bin ein bisschen auf Drogen, aber nur mit. Nein, 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 scheiße! Fluchen tun wir hier nicht, wenn ich bitten darf, ne? Ich mein Code. Wer, was sind wir? Team Blau, gell? Ich hab ne Flash dabei, ich hab ne Flash dabei. BAM! Nein, nein, kein Flash! Ich aue ab, ich aue ab! Du machst mehr Angst! Fortsch! Geh da weg! Ich glaub ich hab die beste Strategie, Juni. Rumble! Wo sind die? Was? Nein! Was? Oh fuck! Ich lauf einfach, einfach nur in den Spawn der Gegner rein, Alter! Mit was schmeißt ihr denn hier, ey? Ich bin voll eingesperrt! Das ist dein Problem! Hört auf, hör auf jetzt zu spammen hier! Ich spame doch nicht! Wann spame ich denn? Nein! Ich hol jetzt sowas von den Sieg, ich hol jetzt sowas von den Sieg, Dark! Killer, als du mich getötet hast, hab ich gerade Schneebälle geworfen, dann wurde ich in die Lobby geportet, hab dort immer noch Rechtsklick auf die Schilder gemacht und wurde gebannt. Wie sieht man denn, wer in die Lobby hat? Warte wie ein Auto! Fuck, du Idiot, ey! Ja, scheiße, da hab ich, ich hab mir jahrelang in die Hose geschliffen. Jahrelange Übungen und Krach gegen so'n lames Ding ging. Das muss aber gerade, Mister, oh du warst aber schon eigentlich drumherum, ne? Ja, eigentlich schon. Das war, äh, wo ist deine Übung hin? Wenn du sie brauchst. Guck mal, Hexacord steht hier echt so ein bisschen da, ist ein bisschen was im Busch. Und da wird der Blaue mich jetzt aber nicht abdrängen, nein! Oh, Killer, versucht er jetzt irgendwie durchzukommen. Das wird er nicht schaffen. Das wird er nicht schaffen, das seh ich doch schon in seinen Augen. Der Killer kommt, äh, glaubt mir, der Killer kommt immer durch die engsten Löcher durch. Ha, hab ich trainiert, jahrelang, ja? Das, äh, Spalten im, im Beton. Oh, bisschen gelb, das war sehr klug. Oh, nein, nein! Jetzt wird er durchkriegen! Ich war die Steuerung nochmal für kurze Zeit anders, ey, das kann doch nicht sein. Was müssen du denn sehen? Verίζung? F**k! Nein! Oh, Gott! Ich bin mit meinen eigenen Arsch gekrochen. Oh, Radiergummi! Leute, ich rette uns! Oh, das war... das war glaube ich. War scheiße, der Radiergummi hätte sich vielleicht ein bisschen später gehen können. Nein! Oh Gott! Fuck man, ich bin so behindert! Ich war so geil drauf ihn fett zu machen, dass ich mich umgebracht habe. Ich würde nicht wundern, wenn dieser Part gar nicht in deiner Uploadliste erscheint hier. Ja, also wir haben heute nur Minecraft gespielt. Ja, und zwar indem ich einfach da hinten das Teil hier... Das ist doch nicht möglich, das ist dein Herz jetzt gewesen! Alter, das habe ich zum Glück auf Band... Auf Band!